Da hab ich die Hose bekommen. Das ist fein, da will ich nämlich die Hose reinsetzen. Ah, Bull noch ein bisschen mehr? Komm, da Bull. Helfen, Hockey. Ja, da muss ich helfen. Ja, da muss ich helfen. Da muss ich schön helfen. Noch ein bisschen mehr Bull. Ja, fein. Helfen. Ja. Ja. Ein wahrer Gentleman hilft im Garten. Ja. Ja. Jetzt langsam mal gleich. Nori, du musst nicht nur in die Tiefen, sondern auch in die Breite. Warte mal. Da muss man von der anderen Richtung kommen. Wenn der arme Herr Vogel dann die Hose aus dem Topf nehmen muss, dann ist es nochmal. Ja. Ja. Ja.